hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute wieder mit der division der sechsten folge von stand alone und ich weiß wir sind hier nicht stehen geblieben aber keine ahnung warum wir jetzt wieder hier sind deshalb so ich muss die setze nicht mega mega kacke war und deswegen versuchen wir uns ein weiteres mal in der dark zone und versuchen zu welchen begegnen es ist jetzt halb eins also in der nacht deswegen muss ich auch bisschen leise sein weil meine familie am pennen ist und deswegen ja wir versuchen wir auf dem fall das ist geil keine ahnung was sind die mp7 und ich muss auf jeden fall noch ich konnte mir noch nicht also ich konnte mir nur so kackwaffen kaufen aber die waren besser als meine alten aber die sind trotzdem noch kacke weil ich nicht so viel geld hatte deswegen muss jetzt erstmal bisschen loot und so den verkaufen und so wegen geld und so aber ich schätze mal dass wir das ich denke mal hinbekommen müssten eigentlich und wenn nicht dann eben nicht würde ich sagen aber müsste weil ich müssten wir eigentlich schaffen ich wäre jetzt noch eigentlich mal dafür jetzt gibt es doch nicht jetzt geht es doch nicht ja ich bin ah ok ok high end Well, weh, 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 weh. ich bin juckt das nicht nicht also hör auf mich zu nerven mit dem shit du aufweich du kack lauch die habe ich auch dazu stehen da hat ich gesagt fleisch auf den ganzen anderen doch genau so ist es natürlich nein spaß ha 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 gehen wir weg machen ein bisschen und versuchen da mal ein bisschen was zu machen und es tut mir leid falls diese folge nicht nicht zu lange wird ich werde ja auch gleich spiele werden ich bin einfach runde blüde aber ist ja auch egal oder nicht okay warum nur so knapp mit dem schießen dran ja wichser wir scheiß okay natürlich bescheiden aber kann ich ganz gut verstehen weil es ist ein bisschen spät ja ich weiß nicht ob ich versuchen sollte den typen zu töten hey i'm sorry i'm sorry for being funny ey wenn ich das schaffe kann ich das jetzt noch dranhängen oder dann wäre das ja so witzig aber dann habe ich es geschafft hey okay das macht jetzt drei drei leichen also drei menschen die ich auf dem gewissen habe das paket ist sicher abholung abschlüsselt ist sicher ja und ich bin tot weil er einfach nichts gemacht hat finde ich geil egal ich raste hier nur leicht aus innerlich raste ich jetzt aus vor allem guck mal wie ich da sitze ich mein ähm ja gut ne egal ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst doch einen daumen nach oben da und abonniert den kanal und teilt auf jeden fall dieses video weil allein wegen dieser pose hier und wir sehen uns beim nächsten video haut rein auf jeden fall 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 auf jeden fall